Die Hufvater, du leistest uns in Zukunft auch wieder. Hans, dir auch nochmal Dankeschön für deine Arbeit in der Feuerwehr. Wir haben das sogar in den letzten drei Tagen vor der Hochzeit auch nochmal gestresst. Danke nochmal. Damit man dann auch in der Gemeinschaft zusammenfindet, wie es wir schon sind, mein Vizebürgermeister und ich, in einer Kameradschaft nach 30 Ehejahren, dürfen wir das dann sagen. Und ich glaube, alle, deine Eltern Sandra, deine Eltern Hannes, sind sehr stolz auf euch. Und die gesamte Hochzeitsgemeinschaft freut sich wirklich über das besondere Ereignis, was wir heute in Donnersbach feiern dürfen. Einen herzlichen Glückwunsch, viel Glück und Segen für einen gemeinsamen Lebensweg. Applaus Ich habe ihn in der Folie drin lassen, weil wir denken, da wollen sie rein. An jetzt herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.